Hallo und herzlich willkommen Freunde hier auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich wie immer und im heutigen Video werden wir gemeinsam die einzelnen Krypto-News durchsprechen, die soweit im Krypto-Space aufgekommen sind, damit du letzten Endes top informiert an die Sache herangehen kannst. Wir haben überaus spannende Themenbereiche. Also wir haben tatsächlich drei neue Gebiete, die jetzt Bitcoin und generell Krypto als gesetzliches Zahlungsmittel einführen möchten und wir haben auch über Terra einige wirklich, wirklich spannende Informationen und über Tesla mit dem Solar Mining. Da gehe ich auch nochmal drauf ein und wir werden zum Schluss auch nochmal kurz in die On-Chain-Daten von Bitcoin einmal reinschauen und Leute, ich muss dazu sagen, bei den Börsen sieht es nicht gut aus, aber dazu kommen wir noch. Wenn du es noch nicht getan hast, hinterlass mir gerne ein Abo hier auf meinem Kanal, supportet mich an dieser Stelle und unterstützt hier auch meinen Kanal und zeigt mir irgendwo, dass ich was richtig mache. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video und wie immer kannst du dir gerne jetzt ein Intro vorstellen, denn ich habe immer noch keins. So, wir springen einmal direkt zu der Sonderwirtschaftszone Honduras und in Honduras soll es so sein, dass Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt werden soll und die Verwendung von Zahlungen innerhalb von Staatsgebieten ermöglichen soll. Und das ist sehr, sehr gut. Irgendwo nehmen sich natürlich die einzelnen Gebiete, Länder, ein wunderbares Beispiel an El Salvador, weil es dort ja bereits eingeführt worden ist. Und ich nehme mal stark an, dass die ein oder anderen Ergebnisse bereits vorliegen und einfach, ich sage mal, ein Stück weit dieses Experiment für erfolgreich erklärt wurde. Und jetzt mittlerweile kommen auch andere Bereiche und wollen auch Kryptowährungen als offizielles Zahlungsmittel einführen. Außerdem können Unternehmen Bitcoin Bonds von den Sonderwirtschaftszonen ausgegeben werden. Das ist auch nochmal eine wunderbare Sache. Ich nehme mal an, dass auch Geldgeschäfte mit einhergehen und dass das Ganze dann in der Form und auch Umfang auch legalisiert wurde, finde ich absolut stark. In Prosperas-Zone werden Bitcoin und sogar andere Kryptowährungen effektiv als Zahlungsmittel genutzt werden. Das bedeutet, dass auch keine Kapitalertragssteuer auf deine Bitcoin-Trades oder auch das Halten für Bitcoin so weit anfällt. Und jedes Geschäft muss dann auch in der Lage sein, Bitcoin bzw. Kryptowährungen als Zahlungsmittel auch anzunehmen und zu akzeptieren. Es darf natürlich keiner Kryptozahlung verweigern, denn so ist es natürlich festgeschrieben, wenn ein Zahlungsmittel für legal auch erklärt wird. Und du kannst natürlich auch als Bürger deine Steuer damit auch bezahlen. Hier steht es auch nochmal, dass dann auch Bitcoin nicht der offiziellen Kapitalertragsteuer so weit auch fällig wird und die Leute auch ihre Steuern und auch Gebühren demzufolge auch bezahlen können. Nur mal als Beispiel im Einwohnermeldeamt kannst du dann, ihr kennt doch sicherlich alle diese Automaten, da könnte ich dann rein theoretisch dann mit meiner Wallet dann in Krypto das Ganze bezahlen. Das finde ich überaus stark. Wir gehen zu Madeira und Prospera und auch hier wollen oder will Bitcoin etabliert werden und auch als gesetzliches Zahlungsmittel übernommen werden. Das finde ich auch überaus stark. Also so langsam beginnen die einzelnen Länder damit, auch Portugal, El Salvador, jetzt langsam Kryptowährungen zu legalisieren. Und viele, viele Länder nehmen sich natürlich auch ein Beispiel dran und benchmarken das Ganze, also machen es nach, was ich halt überaus spannend und auch gut finde. Und auch hier können Einwohner in den Gebieten müssen dann auch keine Kapitalertragsteuer zahlen. Die Bürger beim Handeln von Bitcoin keinen persönlichen Einkommenssteuer auch ausgesetzt sind, ist ebenfalls eine wunderbare Sache. Und so ein Stück weit kriegt dann auch Bitcoin und auch andere Kryptowährungen dann auch ihre Daseinsberechtigung in Form von Zahlung. Also ich muss natürlich dazu sagen, Bitcoin war nie als Zahlungsmittel gedacht, aber mit dem Lightning Network, da kann ich tatsächlich nochmal eine Sache vorweggreifen. Mit dem Lightning Network ist es nämlich möglich, denn da haben wir nämlich auch McDonalds und Walmart, die auch ebenfalls Kryptowährungen im Lightning Network von Bitcoin ebenfalls etablieren möchten. Und Mallers, also laut Mallers sagte er auch, dass jede Website, die eine Online-Kartentransaktion von Shopify verwendet, und Shopify ist tatsächlich die Payment-Lösung, die wirklich, ich glaube jetzt geschätzt, wirklich rate jetzt mal, 80% der Webseiten nutzen, also das ist auf jeden Fall nicht wenig, wäre dann auch Shopify in der Lage, Zahlungen über das Lightning Network von Bitcoin zu verarbeiten. Und demzufolge auch eine Transaktion auszuführen. Und ja, da bin ich natürlich gespannt, inwiefern das Ganze so gut anläuft. Also so langsam kriegen wir in Form von Bitcoin, in Form von Zahlungsmittel, kriegt Bitcoin immer weiter einen höheren Stellwert, wenn es um Payment-Lösungen geht. Und das feiere ich an dieser Stelle überaus. Das wird sich natürlich auch im Preis widerspiegeln. Und wenn Bitcoin steigt, wird dann auch an dieser Stelle auch alle anderen Altcoins mitsteigen, weil ja Bitcoin hier die Leitwährung an dieser Stelle ist. Und wir haben tatsächlich, diese Nachricht ist sogar von heute, Terra enthüllt riesige Wachstumspläne mit Avalanche zusammen. Denn es gab tatsächlich einen Kauf über, also einen OTC-Over-The-Count-Kauf in Form von 100 Millionen Dollar in AVEX. Und was hat eigentlich die Terra Foundation damit überhaupt vor? Aber eins kann ich sagen, es ist definitiv nicht für die Terra Foundation Reserve Pool Aufstockung gedacht, sondern andere Pläne werden damit geschmiedet. Und zwar gab es nämlich den Donnerstag, also gestern, einen riesigen Kauf von 100 Millionen in AVEX über ein Treasury-Swap, also quasi ein OTC-Kauf zwischen Luna und AVEX. Und einerseits wird damit ein Stück weit, also ein Stück weit die Reserve erhöht, aber hier steht es auch, dass AVEX-Kauf nicht nur unterstützend zur USTC-Reserve gekauft wurde, sondern es wird auch dazu beitragen, dass Ökosystem, also beider Ökosysteme, einerseits Terra und einerseits oder andererseits auch AVEX, in dem die Bauherren von Lunatics und Terra in einem lebendigen Avalanche-Ökosystem verbunden werden, was zu einem immensen Cross-Chain-Erlebnis führt. Also es wurde hier AVEX in Wert von 100 Millionen gekauft, um letzten Endes die Ökosysteme miteinander, ja, ich sage mal, zu gedeihen, wachsen zu bringen und zu gedeihen. Und ich finde es überaus krass, wie viel oder was für eine Kaufkraft Terra Foundation hier aufweist. Kommen wir einmal zu Tesla und Elon Musk. Also Tesla und auch Blockstream, ja, machen oder bauen eine solarbetriebene Bitcoin-Mining-Anlage in Texas. Und es ist halt wirklich erstaunlich, welche Kraft hinter solch Solaranlagen auch stecken. Und das zeigt mir persönlich auch irgendwo, dass auch mit Solarenergie auch Mining betrieben werden kann. Also insgesamt sind es 3,8 Megawatt an Strom, was auch produziert werden können. Und es werden hier auch Batterien von Tesla genutzt. Und da werden 30 Petahashes pro Sekunde an Mining-Leistungen auch erzeugt. Das ist halt überaus krass. Das kannst du dir tatsächlich wie folgt vorstellen, dass wenn der Preis bei 43.000 Dollar ist, es im Monat 4,11 Bitcoins eben auch als Reward mit ausgegeben wird. Und der aktuelle Block-Reward liegt bei 6,25. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel an dieser Stelle. Und das zeigt mir persönlich auch nochmal, dass grünes Mining immer wieder und immer weiter in den Vordergrund rückt. Aber das soll auf keinen Fall heißen, dass Bitcoin immer nur, ich sag mal, naturschädigend war. Das ist überhaupt nicht der Fall. Da sind auf jeden Fall die Banken viel, viel gefährlicher gegenüber der Natur als das Bitcoin-Mining selber. Hier sagt er auch nochmal, Adam Beck, also Mitbegründer von Blockstream, dass er auf effizientes Mining setze. Und er will natürlich damit auch ein Wirtschaftswachstum für die Zukunft aufbauen und eben auch diese Energiestruktur eben auch zur Verfügung stellen. Auch Elon Musk ist hier ein Befürworter von erneuerbaren Energien zu nutzen, um damit letztlich auch am Ökosystem von Bitcoin zu partizipieren und somit auch Bitcoins zu minen. Wir schauen einmal ganz kurz in die On-Chain-Daten von Bitcoin selber. Und ich muss dazu sagen, also das sieht nicht gut aus für die Börsen. Dieser Graph hier, beziehungsweise dieser Chart hier, zeigt an, wie viele Bitcoins auf Kryptobörsen noch gehalten werden. Und da sehen wir ab dem März letzten Jahres, dass das Ganze bergab geht. Also was sagt mir eigentlich dieses Muster aus? Dieses Muster sagt mir aus, umso höher der Preis steht, umso weniger Bitcoins sind auf den Kryptobörsen verfügbar. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dass immer weniger Bitcoins auf Börsen zur Verfügung stehen und immer mehr Bitcoins in den einzelnen Wallets auch gehalten werden. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Nachricht. Und das zeigt mir wiederum, dass die Dominanz ein Stück weit von den Börsen abnimmt. Also ich glaube sogar, auch in den nächsten zehn Jahren, oder vielleicht sogar früher, in den nächsten fünf Jahren, werden tatsächlich viele, viele Börsen aussterben, weil wir einfach die Möglichkeit haben, mittels dezentraler Börsen selber über unsere Wallet heraus zu handeln und demzufolge auch Trades durchzuführen. Und da wird dann auch in Zukunft keine weitere Börse mehr notwendig sein. Also es nimmt immer mehr ab. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Volumen der einzelnen Bitcoin-Bestandteile in den einzelnen Wallets höher sind als über die Börsen. Und erst dann wird quasi die dezentrale Exchange-Ära eingeläutet und somit auch dazu führen, dass die ein oder anderen Börsen auch soweit aussterben. Und zum Schluss war auf jeden Fall nochmal eine Side-Info, die ich dir mitteilen wollen würde, ist, dass auch Ice Cube seine eigene NFT-Reihe soweit aufbauen will. Also immer mehr Leute versuchen natürlich auch hier in diesen NFT-Hype mit einzusteigen. Ich finde persönlich, NFTs überhaupt nicht verkehrt. NFTs werden auf jeden Fall in unserer Gesellschaft irgendwann mal eine tragende Rolle spielen. Aber NFT entwickelt sich auch so langsam in eine ganz, ganz andere Richtung, wenn ich an gelangweilte Affen denke. Für teilweise solch Bilder 300.000 zu zahlen. Also auch ich persönlich besitze Ape-Coins, muss ich fairerweise sagen. Aber ich bin einfach nur ein kleiner Fisch, der mit den ganzen Walen schwimmt, weil ich einfach weiß, dass andere Wale, Leute mit wirklichen Millions im Back, diesen Hype auch bevorzugen und darauf mitfahren. Und ich schwimme einfach ganz leise und still hinterher und werde natürlich die ein oder anderen Gewinnmitnahmen mit berücksichtigen, wenn die Zeit auch soweit reif ist. Ich hoffe, dir hat diese kleine Einführung der News einmal geholfen und auch weitergebracht. Würde mich riesig freuen, wenn du in den Kommentaren kurz einmal reinschreiben würdest, wie du das fandest, ob du vielleicht in den nächsten Tagen auch mehr solcher Formate haben möchtest und auch liken. Du kennst den Hasen. Ich muss dich da nicht daran erinnern. Du weißt da auch auf jeden Fall Bescheid. Und ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.